und wer wird uns verfolgen der da habe ich jetzt unendlich feile ja der war zwar unsichtbar aber durch die feile hat man den ziemlich gut gesehen jetzt räumen wir aber richtig ab hier ja hallo und willkommen zu einer runde minecraft wir spielen jetzt cowboys und indianer und ja jetzt habe ich das intro endlich mal geschafft und das genau rechtzeitig hat das ewig gebraucht hat mich dauernd versprochen und ich hatte jetzt mal lust diesen modus auszuprobieren der scheint ja noch relativ neu zu sein und ich hatte vorher eigentlich mal gedachten nehme ich jetzt mal eine runde hunger games auf aber nee habe ich dann doch nicht gemacht beziehungsweise ich habe es schon gemacht aber dann irgendwie hatte ich keine lust mehr den hätte ich sogar fast getroffen weil hunger games haben sich ganz schön verändert oder ist er runter gefallen aber nicht ganz na du willst mich abschießen komm hier ich jump auf dich drauf stirb da ist er gefallen ich glaube ich müsste auch hier runter springen okay das habe ich nicht überlebt momentchen mal sind die nicht alle böse hier rot oder bin ich wohl ja die sind böse ich kann nicht springen die haben unseren kumpel nein das ziel ist es bei diesem spiel jeder hat so einen häuptling häuptling sag ich mal und den müssen wir beschützen der ist sozusagen die flagge für uns und wenn die gegner den haben dann ist schlecht für uns aus jetzt versuche ich hier mal ein bisschen abzukürzen aber wenn mein charakter nicht sprinte dann kann ich leider auch nichts tun das wird glaube ich nichts mehr den kriegen wir nicht mehr da hat er sich davon geschlichen ok ich versuche mich jetzt auch immer ein zu pegel mit denen mit den uploads dass ich das alles so gut hinbekomme also traum wäre er natürlich ein video pro tag aber ich weiß nicht genau ob ich das wirklich schaffe dann ansonsten würde ich es also mal auf zwei auf ein video alle zwei tage versuchen ich werde hier richtig geschossen wo ist denn eigentlich der könig von denen ist das der nach rennen rennen mein kleiner freund mein kleiner minecraft freund da kommen sie schon da kommt die meute oh die geht runter ok ich finde das bisschen blöd dass man auf manche beispielsweise habe ich heute versucht auf gomme hd diesen dieses neue ender games ich weiß gar nicht ob das neu ist ich habe auf jeden fall mal versucht das zu spielen aber es hat nicht geklappt kein einziges mal ich bin in keine lobby reingekommen dann steht dort immer ja sie müssen wir ip haben und dann denke ich so ja toll so oft spiele ich das ja auch nicht und ich hätte gern mal eine runde gespielt aber naja ohne premium geht das schlecht und was mit unserem team los irgendwie sind wir ganz schön demotiviert aber den dort hinten den hole ich mir mal den team ich jetzt mal zusammen na ja den haben wir gut zusammen geteamt sogar zu dritt vielleicht vielleicht hat er mit dem bogen aufgeholfen das ist teamwork wahres teamwork momentchen mal nee das war ja warum greife ich den an momentchen mal ich bin irgendwie dunkel habe ich immer noch den könig von denen also das habe ich jetzt nicht ganz gerade was mit mir passiert ist wo haben wir denn jetzt den könig hatte ich den ich auf dem kopf komischer game und also ich weiß dass man mit rechtsklick die person bzw den könig oder wie man das auch nennen mag äh aufsammeln kann aber wie man das dann also wie der dann oben bleibt keine ahnung wie der dann bei mir runter gefallen ist oh da hat sie ihn komplett runter gehauen mein hulk smash den hat er nicht mehr ausgehalten guckt euch das an wie wir die wegkombonen oh man hat ja noch sauber hier oh jetzt werde ich aber geteamt hier ach da haben sie mich von zwei seiten genommen wo ist eigentlich unser könig ach der ist da drin oh guckt ihr mal hier diese tapfere person an wow naja ok verteidigung muss natürlich sein aber dann die ganze zeit an einer stelle zu sein ist doch auch ein bisschen langweilig oder naja gut jeder kann das gerne so spielen wie er möchte ah ok dann rennen wir jetzt mal rein ich versuche mich mal hier ein bisschen über die rechte seite anzuschleichen oh da warten sie schon alle oh der hat mich gesehen doch nicht also es gibt noch irgendwie items in meiner tasche das sehe ich auch gerade aber die sind irgendwie ziemlich schwer zu erreichen äh äh oje ich verstehe das nicht so ganz wie soll man bitte die items auswählen also ich kann hier zwischen denen die 5 ist auch noch gut aber die 6 da muss ich ja meinen finger wirklich und die 7 das ist schon wirklich sehr schwer zu erreichen ah ok was macht das alles ah und der kompass zeigt mir an wo der könig ist von denen oder wie hm hm denke ich doch mal ich weiß es nicht geht das mit den items so eine sache aber modus ist trotzdem relativ okay wow ich frage mich was das hochwerfen bringt einfach mal in die menge rein einen haben wir getroffen und wer will uns verfolgen der da habe ich jetzt unendlich feile ne tja der war zwar unsichtbar aber durch die feile hat man den ziemlich gut gesehen oh jetzt räumen wir aber richtig ab hier ja es scheint als hätte ich unendlich feile na wer will sich hier mit mir fighten du oh schade gut dann benutze ich mal wieder alle items was auch immer das bringt oh der könig kommt davon der ist sogar so schnell wie wir das ist ja mal ein bisschen blöd komm her könig komm her du wirst nicht meinen kompan töten und auch nicht mich das hast du davon momentchen mal wo ist denn jetzt der könig von denen der ist doch bestimmt irgendwo abgehauen ich könnte mir vorstellen er ist hier runtergerannt da ist auf jeden fall mein kumpel hm ja komm mit komm mit los 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 wir müssen die angreifen na jetzt geht er aber vollkommen auf mich nein und da hat er mich schade ich dachte ich kriege ihn noch die sind ziemlich gut die Leute und das Spiel zieht sich auch ganz schön in die Länge ich dachte da in 10 Minuten haben wir das hier abgehakt aber ich weiß gar nicht wie lange das überhaupt dauert 420 Sekunden noch steht auf der rechten Seite irgendwie kommt mir das vor als wären wir ziemlich wenig Leute ja rennen 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 kleiner puh ja mich kriegst du nicht freundchen aber ich krieg dich also das mit dem sprinten ist in minecraft noch übel verpackt so na schade da hat er mich ich glaube da haben wir gerade einen punkt bekommen ich weiß es nicht es hat so gemacht wie eine silvester rakete aber hm oh da wird er weggekommen rennen rennen mein minecraft player warum ist das so fehlerhaft hm komisch 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 aber naja heute mal kurz ein korbo video jetzt spreche ich es nochmal an hatte einfach mal lust dazu und muss ja jetzt nicht so toll sein das minecraft video erstmal nur da wenn wir ein bisschen content haben und ich will deine pfeile gib mir deine pfeile krieg ich sie wow hä was ist jetzt passiert bin ich gestorben you are the leader na oh hoho jetzt bin ich der anführer jetzt kann ich sozusagen geklaut werden hab dafür aber keine items hm ach so das sind sozusagen mehrere runden oder wie es steht 3 zu 3 das heißt jetzt könnte der finale punkt sein wir haben noch über 4 minuten 5 minuten 300 sekunden aber wenn ich mich hier hoch stelle wäre das doch eigentlich ziemlich cool ich weiß gar nicht ob ich sterbe wenn ich sterbe dass dann oder ob dann die gegner einen punkt bekommen wäre natürlich auch mal interessant zu wissen jetzt greifen die gegner gar nicht mehr an hm dann müssen wir wohl in die offensive gehen haben wir überhaupt genug sollte eigentlich fair aufgeteilt sein mit den spielern äh am spawn dort hinten sehe ich überhaupt keinen aber dort ist schon mal jemand von uns gestorben das heißt da müssen irgendwo welche sein oh ich werde beschossen von dort unten nein dort oben oh wir haben sie und ich habe keine pfeile jetzt könnte ich so hier machen und haha jetzt bin ich unsichtbar das ist ja mal cool und wir haben gewonnen jetzt von hinten attacke haben wir gewonnen immer noch nicht oh die haben einen neuen Anführer soll ich jetzt hier mit den Händen boxen ah wir haben gewonnen indians are the victors hm victors bin ich jetzt ein victor ne aber ähm haben wir jetzt gewonnen denke ich doch mal oder ja wir waren Indianer cool eine Runde gespielt eine Runde gewonnen damit bin ich vollkommen zufrieden und ich hoffe ihr auch ich hoffe euch hat es gefallen wenn nicht dann ja dann Pech ne und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal mal gucken was ich dann spiele könnt mir ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben ähm weil es ist relativ also Endergames ist ziemlich schwer reinzukommen da bräuchte ich glaube ich Stunden ne ich das mal irgendwie geschafft habe dann werde ich vielleicht noch rausgekickt weil ein VIP reinjoin man weiß ja nie auf jeden Fall äh freue ich mich dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal reingehauen